Aber allgemein gesagt, ich sag mal, wenn er also ein, zwei Videos hat, die mich nicht interessieren, oder die einfach nur schlecht gemacht sind, also nicht, ich meine, wenn die Qualität ein bisschen niedrig ist, okay, wenn die Stimme ein bisschen schlecht ist, okay, kann man dran arbeiten, aber einfach nur billig und, ne, wie gesagt, mit Papas Videokamera oder irgendein Käse, weil man sich nicht mal Flaps leisten kann, oder so ein Blödsinn, ja, muss nicht sein, so, wie gesagt, aber wenn die Videos, wenn die Channels gut sind und alles, dann gucke ich natürlich rein, das ist ja klar, ähm, kriege ich zumindest einen Kommentar zu meinem Video, aber halt nicht, wenn sich nicht lohnt, aber solche Leute habe ich dann auch gehabt schon, so, und, ja, was hatte ich noch gehabt, ja, einer meinte auch so, tolle Videos und so, schau doch mal in meinen Channel rein, ja, habe ich gemacht, ganz nett, interessiert mich aber nicht, und, ja, was hat der Spaßvogel gemacht, der hat meine Videos kommentiert, so, okay, dachte ich mir so, ja, gut, der guckt meine Videos, ja, Pustekuchen, hat halt, echt immer genau das Video gegeben, was ich in den Kommentaren geschrieben habe, also in der Beschreibung, in der Videobeschreibung, wenn ich geschrieben, als ich geschrieben hatte, ich habe ein paar Tonprobleme, bei der Hälfte des Videos, und meinte er so, ja, du hast, äh, ja, du wärst ab der Hälfte wirklich ein bisschen leise, bla bla bla, gut, okay, äh, da ist mir noch nicht aufgefallen, aber als ich dann jedes Mal, wirklich, eigentlich nur das gewesen habe von ihm, was in der Beschreibung ist, oder so, also, heute machst du das und das, gut, also, heute hast du das und das gemacht, interessant, und, oh, hast du das und das gemacht, toll, und so, also, es wurde mir irgendwann so blöd, da habe ich mir einfach gesagt, ja, mal gucken, was du machst, wenn ich nichts mehr in der Beschreibung einschreibe, sondern nur sowas wie, ja, hier, neues Video könnt ihr euch angucken, tja, da kam nichts, oh, Wunder, oh, Wunder, also, wie gesagt, Leute, wenn ihr meine Videos kommentiert, dann bitte, auch nur, wenn ihr euch sie, sie euch wirklich angeguckt habt, und nicht, weil ihr wollt, dass euer Name möglichst oft unter meinen Videos erscheint, in der Hoffnung, dass da mal einer draufklicken könnte, und dann euer Channel sieht, Ja, ich meine, gut, wenn ihr unbedingt Werbung für euren Channel machen wollt, dann könnt ihr das ab und an mal machen, sofern es nicht übertrieben wird, und, ne, sofern ihr auch meine Videos guckt. Ja, also, fleißige Zuschauer und Abonnenten, bitte, sagt hier, ich habe einen Channel zu dem und dem Thema, guckt doch mal rein, aber das Beste, was ihr, wie ihr Werbung für einen Channel macht, indem ihr dafür sorgt, dass die Videos gut sind, dass man sich die anschauen kann, und das Abonnenten euch weiterempfehlen, und nicht, indem ihr irgendwie, ja, wie gesagt, die Qualität und ein bisschen auch die Quantität muss gut sein, ansonsten, ne, so kriegt ihr eigentlich am besten Zuschauer, und, ja, gut, also, wie gesagt, also, wenn ihr, wenn ihr unbedingt Werbung für euren Channel machen wollt, ja, wenn er dann gut ist, wenn er vielversprechend ist, und ihr nichts dagegen habt, dass ich dann auch mal, ja, selber Werbung machen kann, für meinen Channel, dann, ja, sonst, seid ihr sehr gut, und, das möchte ich nicht, und wirklich nicht allzu aufdringlich, und, wie gesagt, es muss sich für beide Seiten lohnen, formulieren wir das mal so zusammen, aber im Prinzip braucht er das eigentlich nicht, aber, wie gesagt, liefert ordentliche Qualität, kopfert von anderen ab, alles kein Problem, ich meine, ich hab nicht mal das Problem, wenn jetzt jemand anders sagt, ich, Black's Player, Terraria, baue eine Arena, baue eine Wolkenstadt, ne, soll er es halt machen, vielleicht macht das ja besser als ich, weiß man ja nicht, vielleicht hätte auch eine andere Idee, statt einer Wolkenstadt, irgendwie ein riesen Schloss, oder ein riesen Anwesen, und so, also, was nicht einfach nur, ne, ein paar Etagen hatten, fertig, wie das erste Haupthaus damals, ich wollte weiter Dinger abbauen, dann würde ich schon, das ist wieder so eine, die Dinge, na, wie gesagt, so, das will ich die ganze Zeit anquatschen, halb 34 Minuten, na, egal, so, jetzt müssen wir weiter abbauen, weil irgendwie, fällt mir noch so ein Thema ein, ne, spontan nicht, na, eine Sache, die wollte ich eigentlich immer mal fragen, ich meine, ich hab's ja immer mal, dass ich jetzt aus dem Bildschirm rausklicke, ich wollte grad weit viel machen, ne, und dann halt, wenn ich jetzt zurückklicke, stört's mir Ferrari ab, so, und falls jemand, das, Aufnahmetool, Dextory, also, D-X-T-O-R-Y, kennt, und benutzt, dann möge er doch mal, also, schon im Original besitzen, natürlich, nicht irgendwie geklaut, oder sonst was, dann möge er doch mal bitte, also, die Vollversion, so, man kann ja auch eine Testversion installieren, wie auch immer, bla bla bla, nein, auf jeden Fall, dann wär's doch nett, wenn er sich mal, wenn er mal testet, ob das, besser geht, mit Terraria aufzunehmen, also ohne Abstürze, als Fraps, weil Fraps wird irgendwie, weiß ich nicht, seit Ewigkeiten nicht mehr aktualisiert, und vielleicht ist da Dextory ein bisschen besser, aber wie gesagt, die Leute, die es kennen, oder wenn jemand sagt, ich will's mir, ich kauf's mir direkt, sieht interessant aus, was soll er's machen, klar, ich bräuchte mal einen, der das testet, ach ja, und was das Feedback angeht, äh, wenn ihr Ideen habt, was ich noch so alles machen kann, nach der Arena, dann, immer her damit, ja, weil, so, Feedback, so, mach doch mal dies, mach doch mal das, fehlt mir irgendwie so ein bisschen, krieg ich irgendwie nie, und, ja, da muss ich mir nicht mehr selber ausdenken, was man macht, und euch eventuell wieder stundenlang mit, Wolken gebastelt langweilen, wobei, naja, und mir macht's ja Spaß, also, ich mach's ja hauptsächlich, ja, damit ihr was zum zugucken habt, und, weil's mir generell Spaß macht, dieses Let's Play zu machen, und, und weil's mir auch irgendwie Spaß macht, das Spiel zu spielen, und, da dieses mittlerweile auch mein Hauptaccount ist, äh, mach ich halt so ein bisschen, ja, mach ich halt auch noch ein bisschen was, was für mich nachher gut ist, der Hauptaccount, ich mein, ich hab natürlich auch noch einen anderen Account, aber, der hinkt diesen Account so weit hinterher, ich weiß ja nicht, also, ich spiel das Spiel echt nur noch, um Let's Play aufzunehmen, aber why not, so hat man mit was zu tun, im Spiel, so, so, wieso hab ich eigentlich die ganze Zeit die Viecher hier, hm, keine Ahnung, nochmal, Schwupps, abbauen, äh, brauch ich nicht, egal, ja ich war ja auch immer überlegen ob ich es in einer der farmwelten den dschungeltempel demontiere um den unbeschädigt zu lassen aber naja weiß ich nicht sie können ja weiter bleiben außerdem ich warte ja immer noch auf diesen wandernden händler schwebeling merchant gedönsdingens weil ich ja doch mal dieses mit hier mehr reichweite beim abbauen und bauen von sachen so mal probieren so da ein bisschen regeln ist schon runter oh So, weiter geht's. Hmm, um die Stacheln schon abzubauen, oder wenn da Stacheln dazwischen sind, hätte ich einen Trick. Einfach einen Sandblock obendrauf und dann darunter abbauen. Wäre mal eine Überlegung wert, weil wenn ich unter dem Sandblock baue, dann falle ich praktisch mit dem Sandblock runter und es geht. Hmm, müssen wir mal ausprobieren. So, das brauche ich. So, weiter geht's. So. So. So, Blödmund. Will ich die nochmal ausnutzen? Hmm. Just for fun. Es sind zwei Blödmodemächte ineinander, auch mal interessant. Na gut. So, weiter geht's. So. So. Geh! So! Bisschen nervig mit der Waffe zu ziehen. So, ich wollte was eins haben hier. Juuuut. Wie viel haben wir überhaupt an? Oh, haben wir schon ein ordentliches Ende hier. Reicht doch schon. Erstmal. So, die ist weggebaut. Jo. Fahren wir noch mal ein bisschen den Blutmund ab. So bespricht, ne? Farmsplattform. Klar, viel Zeit haben wir noch. Äh, da nicht. Was ist da? Ich vergesse irgendwie immer wieder. So. 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 mich dazu gebracht hab mal vorbeizuschauen dann hätt ich die Dinger selber zusammengefarmt oh eine riesenhafte Hielfeder vielleicht seltener Drop oh man hmm hmm so just for fun Harpinflüge anplünen oh mal gucken jetzt können wir es ja so nach dem Motto so was hat es für heute Abend gemacht mal wieder Harpin gefarmt weil wir brauchen es eigentlich nicht aber egal wir machen es halt gerne schnarch oh man ach guck mal da kommt wieder jemand angeschissen äh so damn tot ich dachte eigentlich die Tropfen doch auch Banner so irgendwo angeblich gerüchteweise aber die Droprate ist wahrscheinlich so niedrig oder wir haben so wenig davon gekillt ja egal ja egal soo soo In der Bude, na, why not. Die ist besser. Schade, dass dieses Regenbogen-Ding nicht länger hält. Das wäre richtig krass, aber man kann es ja kombinieren. Was ist? Ach, der Pipi-Strahl. Den wir irgendwie kaum noch benutzen. Na, why not. Spass ja auch nicht. So. Ist immer noch... Keine... immer noch Blut und Nacht? Nee. Hä? So. Immer noch... Was? Irgendwie ist's los! Wir heilen uns mehr, weil wir Schaden kriegen. Aber ich dachte, da wäre schon wieder eine Giant Happy Feather getroppt. So. Jo. Ja. Jo. Gut, was hatte ich vorhin erzählt? Also wie gesagt, wenn ich irgendwann mal ein bisschen Geld überhabe und das nicht schon wieder anderweitig verplant habe, zum Beispiel Aufrüstung meines Rechners oder oder oder, dann werde ich mir für vielleicht mal so eine, wie heißt das Ding nochmal, ein Aufnahmegerät für Playstation und Konsolen im Allgemeinen holen. So, die Blutmond Nacht ist zu Ende. Damit hätten wir das hinter uns. Jetzt würde ich mal weiter basteln am... Dingens... Kirchen. Äh, an der Arena. Mal vorher mal gucken, ob ich... ein Frosch könnte ich eigentlich auch fangen, ne? Hm. Machen wir so eine Tiere-Kiste... drauf. Jetzt müssen wir aber erstmal einen Frosch finden. Froschi da! Hallo Froschi! Bäm. Ist ja wie eine Waffe im Prinzip genutzt. So. Gut. Äh, ja. Kann man sich zum Schleim eigentlich auch? Ne, ich glaub nicht. Ist ja auch egal. So. Da waren wir schon rein. Fast falsch. Das macht alles nichts. Karte mal wieder einblenden. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Hm, das ist noch ein bisschen sehr weit verbreitet. Obwohl, ne das ist ja das Ursprüngliche. Das ist ja durch den Block hier praktisch. Irgendwie müsste ich mal den Hello weiter verbreiten. Ah, die Welt ist schon sehr viel verdorben, weil ich Upsi... Na? So, geht auch. Ich wollte erst mal gucken, ob ich noch einen kleinen See finde mit einer Ente drin. So eine Ente wollte ich mir eigentlich fangen. War ja nicht irgendwo der Platz für unsere alte Arena? Ja, da. Aber es verbreitet sich schon wieder ein bisschen zurück. So sollte es ja auch irgendwo mehr oder weniger sein. Das wäre echt mal schön, wenn man den Dschungel wieder herstellen könnte. Was je noch geschehen wird, keine Ahnung. Also wie gesagt mit einer Solution, weil das ist ja schon so viel von dem Dschungel kaputt gegangen. Gut. Jetzt gibt es natürlich keine Enten. Vorher immer wieder eine gefunden. Jetzt ist irgendwie Pustekuchen. Wo wir das Teil da haben, den Kescher. Klappern wir nochmal die Welt ab. Einfach so, weil wir es können. Oder einfach in der Falle weiter bauen und dann hoffen, dass irgendwann das Gequark losgeht. Dann hätten wir eine Ente. Hm. Ich kann ja eigentlich irgendwas machen mit dem Frosch. Äh. Brauche ich ihn denn? Nö. Wir können ihn nur freilassen. Ah so. Super. Der arme Frosch, der friert doch. So. Gehen wir mal zurück. Au reinen W��ff deck. Bye. Hello.